Guten Morgen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Lage bleibt weiterhin sehr angespannt. In den letzten Wochen ist es durch die Maßnahmen zwar gelungen, die Fallzahlen zu stabilisieren, das ist auch ein erster Erfolg. Das möchte ich auch sehr deutlich sagen. Denn ohne diese Maßnahmen wäre die Situation heute sehr viel schlimmer. Dennoch, es infizieren sich immer noch zu viele Menschen mit SARS-CoV-2. Die Zahlen sind immer noch zu hoch. Sie befinden sich auf einem Plateau, aber sie sinken noch nicht spürbar. Wir sehen, dass die Gesundheitsämter zunehmend erschöpft sind. Sie schaffen es zum Beispiel nicht mehr, zu ermitteln, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Wir sehen immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Es gelingt immer seltener, das Virus aus diesen Einrichtungen herauszuhalten und die Menschen dort zu schützen. Wir sehen, dass in einigen Regionen auch Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Dass dort Operationen oder Behandlungen verschoben werden müssen. Wir sehen auch, dass die Zahl der schweren Verläufe und der Todesfälle von Woche zu Woche steigt. Da beides immer erst mit einem gewissen Zeitverzug eintritt, müssen wir hier auch mit vielen weiteren rechnen. Diese Entwicklung ist leider nicht überraschend. Es ist die Entwicklung, die wir anhaltend bei hohen, anhaltend hohen Fallzahlen befürchtet hatten. Ich habe in den letzten Wochen betont, dass wir die Neuinfektionen auf ein Level, auf ein Niveau bringen müssen, das für Gesundheitsämter, Krankenhäuser und Labore gut zu bewältigen ist. Um dieses Level zu erreichen, meine Damen und Herren, muss die Zahl der Neuinfektionen aber deutlich gesenkt werden. Ich hoffe sehr, dass wir diese Trendwende gemeinsam schaffen. Wir sind diesem Virus nicht hilflos ausgeliefert. Covid-19 ist eine vermeidbare Erkrankung. Wir können viele Infektionen verhindern. Ganz zentral sind dafür nach wie vor die AH-plus-L-Regeln. Abstand halten mindestens 1,50 Meter. Hygieneregeln beachten. Dort, wo das gegeben ist, Alltagsmasken tragen. Und natürlich auch lüften. Bitte beherzigen Sie diese Regeln immer und überall. Am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Einkaufen. Und Sie gelten auch zu Hause, wenn zum Beispiel der Nachbar kurz einmal vorbeikommt. Wir können uns mit diesem Virus prinzipiell überall anstecken. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Meine Kollegin Dr. Ute Rexroth wird Ihnen die aktuelle Entwicklung nun im Detail vorstellen. Sie ist Ärztin, Infektionsepidemiologin und sie leitet das Lagezentrum am Robert-Koch-Institut. Frau Rexroth. Vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen jetzt eben die Zahlen darstellen, wie letztes Mal auch. Seit Beginn der Pandemie haben wir also bis heute, bis zum 3.12.2020 um 0 Uhr, insgesamt 1.106.789 Covid-19-Fälle ans RKI übermittelt bekommen. Den November über waren das täglich zwischen 11.000 und 23.000 Fällen. Und gestern, also bis heute 0 Uhr, waren es nochmal 22.046 neue Fälle, die uns übermittelt worden sind. Das sind ganz ähnlich viele wie am Mittwoch davor und am vorletzten Mittwoch. Die Fallzahlen sind also weiter auf einem hohen Niveau. Und sie sinken deutschlandweit noch nicht wirklich spürbar. Der 7-Tages-Wert schwankt seit Wochen um die 1. Er ist zuletzt etwas gefallen und liegt aktuell bei 0,89. Die Entwicklung unterscheidet sich jedoch je nach Bundesland und auch nach Altersgruppen. Und da möchte ich zunächst auf die Entwicklung in den verschiedenen Bundesländern eingehen. Wenn Sie bitte die Grafik 1 einblenden würden. Diese zeigt die 7-Tages-Inzidenz nach Bundesland. Die haben wir Ihnen ja schon mehrfach gezeigt. Und dort sehen wir also die bundesweite 7-Tages-Inzidenz, die liegt jetzt bei 134 Fällen je 100.000 Einwohner. Und die hat sich in den letzten Wochen nur ganz wenig verändert. Ist klein, ein bisschen zurückgegangen, aber nur ganz wenig. Sie sehen allerdings an den bunten Linien drumherum, dass sich die Entwicklung in den Bundesländern doch deutlich unterscheidet. Wir können sehen, dass Stadtstaaten wie Berlin, Bremen und Hamburg einen leicht rückläufigen Trend aufweisen. So Flächenstaaten wie Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen sind fast auf ganz stabilem Niveau. Also da zeigt sich wenig Änderung, wenn man alle Altersgruppen betrachtet. Und Sachsen-Anhalt und Brandenburg, dort hat die 7-Tages-Inzidenz leicht zugenommen. In Thüringen deutlich und in Sachsen leider sehr deutlich. Wenn wir uns dann die Landkreise anschauen, dann sehen wir, dass der überwiegende Teil, der Großteil der Stadt- und Landkreise, nämlich 376, eine Inzidenz von über 50 je 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen haben. Und 273 haben über 100 und 24 auch über 250 je 100.000 Einwohner. Heute ist kein Landkreis dabei, der über 500.000 hatte. Aber alle Großstädte, die mehr als 500.000 Einwohnern sind, haben Inzidenzen von 100 pro 100.000 Bevölkerung in den letzten 7 Tagen. Und die einzige Ausnahme dort ist Hamburg, wo wir eben, wie gerade schon gesagt, einen rückläufigen Trend sehen. Wir schauen uns für die Bewertung natürlich verschiedene Indikatoren an und nicht nur die reinen Fallzahlen und Inzidenzen. Und Sie finden auch die Zahlen und Abbildungen ja wie immer mit Einschätzungen für jeden Tag in unserem Situationsbericht auf der Webseite. Der ist am Dienstag immer besonders umfangreich. Wenn wir uns jetzt mal die Altersgruppen ansehen, dann sehen wir bitte Grafik 2, die Inzidenz nach Altersgruppen. Diese Abbildung habe ich Ihnen letzte Woche schon gezeigt. Die haben wir auch in unserem Lagebericht. Und da sieht man unten die Meldewochen. Die 48. Meldewoche ist die letzte. Und man sieht als Zeilen aufgetragen die verschiedenen Altersgruppen. Und wir sind hier jetzt ein bisschen feingliedriger vorgegangen und haben das in 5-Jahres-Schritten gemacht. Sodass man jetzt die meisten Altersgruppen etwas feiner sehen kann. Und je dunkler das Kästchen, desto höher die altersgruppenspezifische Inzidenz eben genau in dieser Altersgruppe, in dieser Meldewoche. Und da sehen Sie, dass in den letzten Wochen vor allem die jungen Erwachsenen und Erwachsenen, also die 15- bis 59-Jährigen stark betroffen waren. Am stärksten darunter die 15- bis 29-Jährigen. Und in diesen Altersgruppen lagen die 7-Tages-Inzidenzen ja sogar bei über 200 je 100.000. Es zeigt sich allerdings zuletzt ein leichter Rückgang. Wir beobachten allerdings auch, dass immer mehr ältere Menschen betroffen sind. Und wir sehen, dass die Inzidenz der über 60-Jährigen insgesamt jetzt schon 119 je 100.000 in 7 Tagen beträgt. Das war leider zu erwarten, dass das Virus, wenn es sich in den jüngeren Altersgruppen ausbreitet und dort zirkuliert, dann etwas zeitversetzt auch in die älteren Altersgruppen, in die vulnerablen Gruppen reinkommt. Und im Moment sind wirklich viele Menschen über 80 Jahre betroffen. Die Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt auch insgesamt bei über 200 je 100.000. Sie sehen in dieser Abbildung, je älter, desto höher. Und sie, das ist auch besorgniserregend, steigt wirklich auch weiter an. In den meisten anderen Altersgruppen stagniert die Inzidenz oder sie geht auch zurück. Aber eben nicht bei den Älteren und Hochaltrigen. Und dort sehen wir eben auch jetzt immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Und dazu wird Herr Wieler Ihnen gleich auch noch ein bisschen mehr sagen. Ja, das führt natürlich weiterhin dazu, dass sehr viele Menschen ins Krankenhaus kommen. Und dass auch die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Menschen zunimmt. Und die ist auch weiterhin hoch, wenn auch glücklicherweise nicht mehr so stark ansteigend wie noch vor einiger Zeit. Also im Oktober und im November. Also jetzt ist es etwas weniger im Anstieg. Es befinden sich aber trotzdem fast 4.000 Menschen. 3.919 Menschen mit Stand gestern, soweit wir es vom DIVI-Intensivregister wissen, in intensivmedizinischer Behandlung. Ja, und diese Entwicklung zeigt natürlich auch und sorgt auch dafür, dass immer mehr Menschen an und mit Covid-19 sterben. Wir schätzen, dass etwa 800.000 Menschen die akute Infektion überstanden haben. Das ist natürlich sehr gut. Aber 17.602 Menschen sind auch daran gestorben. Und die Zahl der ans RKI übermittelten Todesfälle steigt weiter an. Für gestern wurden uns 479 neue Todesfälle übermittelt. Und für Dienstag waren es 487. Das war unser bisheriger trauriger Höchststand. Wenn Sie jetzt bitte die Grafik 3 einblenden könnten. Genau, diese Grafik zeigt Ihnen nach Sterbewoche, wie viele Menschen uns als verstorben übermittelt werden. Und wie gesagt, die 48. Kalenderwoche ist die letzte Woche. Und da sind auch noch Nachmeldungen möglich. Also zwischen dem Sterbezeitpunkt und dem Zeitpunkt, dass das in unserem Meldesystem sichtbar wird, dass ein Fall verstorben ist. Da können noch ein paar Tage vergehen. Dadurch kann sich diese Grafik auch noch ändern. Wir sehen, dass ein Großteil der Menschen, die an Covid-19 versterben, älter als 70 Jahre sind. Die meisten Todesfälle sehen wir in der Altersgruppe der über 80-Jährigen. Hier sind bislang schon 11.572 Todesfälle übermittelt worden. Aber auch in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen sind bislang mehr als 1.500 Menschen verstorben. Und auch in der Altersgruppe der zwischen 50- und 59-Jährigen haben wir über 500 Todesfälle registriert. Natürlich können auch jüngere Menschen schwere Verläufe haben und auch an Spätfolgen leiden. Das ist aber zum Glück seltener als in den älteren Altersgruppen. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Virus in der jüngeren Bevölkerung zirkuliert. Und wenn es dort zirkuliert, dann eben nach einer gewissen Zeit auch in die älteren, in die vulnerablen Gruppen, in die Risikogruppen getragen wird. Und das führt eben zu mehr schweren Verläufen und Todesfällen. Und dafür ist es wirklich wichtig, dass die Inzidenz in allen Altersgruppen und auch in allen Regionen Deutschlands zurückgeht. Damit eben weniger Leute, Menschen, Mitbürger schwer erkranken und auch versterben. Und über die Situation in Alten- und Pflegeheimen, da wird Herr Wieler jetzt noch ein bisschen genauer eingehen. Ja, meine Damen und Herren, wenn es in der Zeit im Vergleich zum Frühjahr weniger Menschen gibt, die sich in Krankenhäusern am Coronavirus anstecken, stecken sich immer noch viele Menschen in alten Pflegeheimen an. Das bereitet uns tatsächlich große Sorgen. Denn gerade, wie Frau Rexroth ausführte, sind die älteren Menschen natürlich sehr gefährdet. Wenn Sie bitte die nächste Grafik einblenden. Nach unseren Daten stecken sich Bewohnerinnen und Bewohner häufiger an als das Personal. Und das zeigt Ihnen diese Grafik hier, die oben die betreuten Infizierten darstellt, die obere Linie, und unten die infizierten Pflegekräfte. Generell steigen die Fallzahlen besonders in der Altersgruppe der Menschen, die 80 oder älter sind. Und Sie sehen sehr gut in der oberen Gruppe, dass von den rund 33.000 Infizierten, die betreut sind, doch immerhin 5.292 nach unseren Informationen verstorben sind. Und unten sehen Sie, dass bei den Pflegekräften zum einen natürlich deutlich weniger Pflegekräfte infiziert werden. Sie sehen aber auch, dass dort der Anteil der Verstorbenen geringer ist. Aber auch dort versterben eben Menschen. Das ist sehr gefährlich alles, da ältere Menschen besonders gefährdet sind, an Covid-19 zu versterben. Und wie diese Grafik zeigt, wird fast jede fünfte Person, die in alten Pflegeheimen oder Gemeinschaftsunterkünften wohnt und sich ansteckt, dann eben versterben. Das sind die Informationen, die wir unseren Daten entnehmen können. Ich möchte Ihnen aber auch eine weitere Grafik zeigen, um die Situation nochmals zu verdeutlichen. Das ist die nächste Grafik 5, bitte. Hier sieht man, dass sich die Anzahl der Ausbrüche in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen auf einem ähnlich hohen Niveau befindet, wie zu Beginn der Pandemie. Sie sehen links die Fallzahlen in der Achse. Und man sieht rote und blaue Linien. Die roten Linien sind die Erkrankungen in Pflegeheimen. Und die blauen Linien sind die Fälle und Ausbrüche in Krankenhäusern. Und man kann an der unteren Grafik sehen, dass die Anzahl der Ausbrüche in den Pflegeheimen bzw. Krankenhäusern zunächst relativ ähnlich verlief. Aber innerhalb der letzten drei Wochen sieht man, dass diese rote gestrichelte Grafik, dass weniger Ausbrüche in Krankenhäusern stattfinden. Das ist das eine, was wir sehen. Das andere, was aber ebenfalls sehr bedenklich ist, ist, dass die Anzahl der Personen je Ausbruch, die in diesen Ausbrüchen involviert sind, in den Krankenhäusern zurückgeht, während sie in den Pflegeheimen nach wie vor sehr hoch ist. Das heißt also, die durchschnittliche Zahl von Fällen pro Ausbruch ist bei den nosokomialen Ausbrüchen, denen im Krankenhaus geringer als im Frühjahr. Und wir vermuten, dass dies auch auf eine verbesserte Ausbruchsprävention in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens zurückzuführen ist. Hingegen ist die Anzahl der Fälle pro Ausbruch in Alten- und Pflegeheimen genauso hoch, wie das im Frühjahr der Fall war. Diese Meldedaten legen nahe, dass die in Alten- und Pflegeheimen eingeführten Präventionsmaßnahmen bisher nicht vergleichbar erfolgreich in Ausbrüchen verhindern. Unseren Altenheimen fehlen gewisse Möglichkeiten, die Krankenhäuser haben. Sie können zum Beispiel nicht weniger dringende Eingriffe verschieben. Wir müssen unsere ältesten Mitmenschen daher dringend schützen. Der Schutz vulnerabler Gruppen war von Anfang an ein ganz entscheidender Baustein unserer Pandemiebekämpfungsstrategie. Meine Damen und Herren, wie gelingt es, diese Mitmenschen zu schützen? Das Robert-Koch-Institut hat seit Beginn der Pandemie umfassende Empfehlungen erstellt, um den Eintrag von SARS-CoV-2 in Alten- und Pflegeheimen zu verhindern und beginnende Ausbrüche rasch einzudämmen. Das Robert-Koch-Institut hat seine Empfehlung dazu auch vor kurzem aktualisiert. Sie finden das auf unserer Website, wie immer unter www.rki.de slash covid-19. Die Alten- und Pflegeheime benötigen aber auch die notwendigen Ressourcen, um die empfohlenen Hygienekonzepte effektiv umsetzen zu können. Dafür sollten die Träger sorgen. Die Heime müssen zudem in der schnellen und effektiven Erkennung und Eindämmung von Ausbrüchen mithilfe der Gesundheitsämter unterstützt werden. Wir sind jedoch, meine Damen und Herren, wir sind jedoch alle in der Verantwortung, das Virus einzudämmen, um unsere ältesten Mitmenschen zu schützen. Hierbei reicht es nicht, dass wir uns zum Beispiel am Arbeitsplatz Mühe geben. Das Virus kennt keine Grenzen und keine Uhrzeiten. Wir müssen immer vor diesem Virus auf der Hut sein, auch im privaten Umfeld, überall dort, wo Menschen zusammenkommen und länger zusammenbleiben. Dort steigt natürlich die Chance einer Übertragung. Das ist manchmal anstrengend oder frustrierend. Und vielleicht fragen Sie sich manchmal, wofür. Tun Sie es für sich selbst, aber bitte tun Sie es auch für Oma und Opa. Und schauen Sie mal bei, ich hatte Corona rein. Dort berichten Betroffene jeden Alters von Ihren Erfahrungen mit Covid-19. Diese Krankheit wünschen wir keinem. Und diese Krankheit wollen wir auch selber nicht haben. Und wir wünschen sie schon gar nicht unseren ältesten Mitmenschen. Ein kurzes Wort noch zur Quarantäne-Verkürzung, die seit dem 1.12. gilt. Quarantäne, meine Damen und Herren, bedeutet, dass Personen, die möglicherweise Kontakt mit dem Virus hatten beziehungsweise mit einer infizierten Person für einige Zeit zu Hause bleiben und damit sie möglichst mit niemandem anderen Kontakt haben. Der Sinn ist der, dass sie eben das Virus nicht weitertragen. Unsere wissenschaftlichen Modellrechnungen haben ergeben, dass es möglich ist, die Quarantäne auf 10 Tage zu verkürzen. Allerdings nur dann, wenn an Tag 10 der Quarantäne ein Test durchgeführt wird und dieser Test auch dann negativ ausfällt. In der nächsten Grafik noch mal dargestellt, die hatte ich Ihnen bereits schon mal gezeigt, die Grafik 6, die Sie auch auf unserer Website finden. Dort sehen Sie noch mal die Dauer der Isolierung. Also das sind Patienten, die nachgewiesen positiv sind mit dem Virus. Und Quarantäne sind die Kontaktpersonen, die wir dann eben, die wir aus dem Verkehr ziehen, quasi aus dem Infektionsverkehr, sodass sie niemand anderen anstecken können. Isolierung und Quarantäne sind ganz wichtige Säulen der Bekämpfung dieser Pandemie. Ich möchte noch mal das, was Frau Dr. Rexroth und ich heute Ihnen berichtet haben, zusammenfassen. Unser Ziel ist nach wie vor, neue Infektionen so weit wie möglich zu verhindern. Und dieses Ziel wird es auch während der ganzen Pandemie bleiben. Unser Ziel ist es, die Infektion wieder auf ein Level zu senken, mit dem wir alle umgehen können. Ich hoffe sehr, dass wir das gemeinsam schaffen. Und wir schaffen es auch nur gemeinsam, meine Damen und Herren. Ich möchte auch noch einmal betonen, dass wir SARS-CoV-2 nicht machtlos gegenüberstehen. Wir wissen, wie wir das Virus in Schach halten können. Und auch wenn der Impfstoff noch nicht da ist. Denn wir haben eine gute Gesamtstrategie, aber die beruht darauf, dass Sie alle mitmachen. Sie besteht aus drei Elementen, die wir miteinander kombinieren. Der Eindämmung der Krankheit, dem Schutz der besonders gefährdeten Gruppen und der Abmilderung der Folgen dieser Pandemie. Eindämmung bedeutet, neue Fälle verhindern. Dazu können wir alle beitragen. Das wissen Sie, das weiß ich. Wir sollten es einfach tun. Schutz heißt, besonders gefährdete Gruppen schützen. Milderung bedeutet, dass man die Auswirkungen der Pandemie abmildert. Zum Beispiel dadurch, dass man die Behandlungskapazitäten ausweitet beziehungsweise bessere Therapien erarbeitet. Und das, meine Damen und Herren, ist in den letzten Monaten auch geschehen. Aber diese drei Elemente müssen unbedingt weiter aufrechterhalten bleiben. Die ganze Zeit, bis diese Pandemie beendet ist. Noch einmal zum Verständnis. Das Virus verbreitet sich überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Das muss nicht immer eine große Party sein. Das Risiko ist immer da. Besonders, wenn Menschen ohne Abstand und Masken zusammenkommen. Jede und jede Einzelne von uns kann dazu beitragen, Infektionen zu verhindern. Darum lassen Sie uns die AHA-plus-L-Regeln in allen Alltagssituationen beherzigen. Und bitte lassen Sie uns alle unsere Kontakte reduzieren. Und wenn die Symptome einer akuten Ateminfektion auftreten, dann bleiben wir bitte alle grundsätzlich mindestens fünf Tage zu Hause. Diese Maßnahmen werden uns noch lange begleiten. Solange, bis ein relevanter Teil der Bevölkerung durch eine Impfung geschützt ist. Und allen, die diese Maßnahmen berücksichtigen, möchte ich noch einmal sagen, sie schützen sich selber. Und sie schützen aber auch andere. Und sie tun es auch für Oma und Opa. Ihnen ist es zu verdanken, dass vielen Menschen schwere Erkrankungen und Leid erspart geblieben sind und auch zukünftig erspart bleiben. Dafür möchte ich mich im Namen von allen sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, vielen Dank. Dann können wir mit den Fragen starten. Wir beginnen mit NTV. Herr Arez. Guten Morgen. Ja, guten Tag. Vielen Dank, Herr Wiederer, für Ihre Ausführungen. Die Inzidenz der Älteren, das haben wir auch in der Redaktion bemerkt, steigt ja, sie veröffentlichen den Wert immer, steigt ja nach wie vor täglich an. Können Sie sagen, wie viel Prozent der Neuinfektionen eigentlich in Pflegeheimen und bei den Einrichtungen insgesamt ungefähr prozentual zu verorten sind? Und Sie sagten schon Schutzmaßnahmen. Ja, wie würden Sie beurteilen, sind die Schnelltests ein Baustein, um die vulnerablen Gruppen in den Pflege- und Altenheimen besser zu schützen? Ja, wir haben ja Zahlen in unserem Situationsbericht, in denen Sie sehen, wie viele Menschen gemeldet werden. Das heißt also, diese Zahlen bei aller Untererfassung, die natürlich immer dieses Meldesystem hat, sehen wir, dass doch einige in diesen Einheimen, in den entsprechenden Pflegeheimen angesteckt werden. Aber selbstverständlich geschieht dies eben auch außerhalb von Pflegeheimen. Und das ist ja der Appell. Wir müssen verstehen, dass es überall geschehen kann. Und dort, wo wir unter besonders gut kontrollierten Bedingungen arbeiten, dort sollte es eben seltener geschehen. Das heißt also, in den Pflege- und Altenheimen sollte natürlich die Konzepte, die wir ja erarbeitet haben, sollten dort besonders intensiv umgesetzt werden. Die Konzepte sehen Hygiene vor, das ist klar. Und die Konzepte sehen natürlich auch Zugangsregelungen vor. Die Konzepte sehen vor, dass alle, die in diesen Einrichtungen arbeiten, Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Konzepte sehen auch vor, dass diejenigen, wenn Fälle wirklich etabliert sind, dass man bestimmte Kohortierungen durchführt, dass man Gruppen trennt, wenn dies möglich ist, nach Nicht-Infizierten, vielleicht-Infizierten und Infizierten. Und dabei spielt natürlich auch die Testung eine Rolle. Die Teststrategien, die werden ja von den Altenheimen und Pflegeheimen erarbeitet und werden dann gemeinsam mit den Gesundheitsämtern abgestimmt. Und diese Teststrategien sind wichtig. Aber ich möchte auf einen Aspekt hinweisen, von dem ich das Gefühl habe, dass er immer wieder falsch verstanden wird. Die Testungen dienen ja in erster Linie dazu, zu überprüfen, ob ein Hygienekonzept auch wirklich funktioniert. Es ist ja quasi ein Indikator dafür, dass das Konzept funktioniert. Und natürlich dient es auch dazu, dass man einen eventuellen Fall früher ermittelt. Aber die hauptsächliche Grund, warum wir diese Testung dort haben, ist, um zu überprüfen, ob das Hygienekonzept funktioniert. Denn der Test selber, auch wenn er negativ ausfällt, bedeutet er keinen Schutz vor der Krankheit. Also in dieser falschen Sicherheit dürfen wir uns nie wiegen. Das ist wichtig, dass man nicht denkt, nur wenn man einen negativen Test hat, dass man deshalb geschützt ist vor der Krankheit. Denn der Test kann ja einen Tag später auch positiv ausfallen. Also das heißt, sinnvoll eingesetzt, sind Tests ein ganz, ganz wichtiger Baustein der Strategie. Und wir sind deshalb auch sehr froh, dass es jetzt diese Antigen-Tests gibt, die ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle haben. Aber gibt es denn noch andere Bausteine? Eine kurze Nachfrage. Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor sehr hoch dort und steigt eben noch weiter an. Gibt es denn noch irgendwelche Dinge, die man jetzt zusätzlich machen kann, um den weiteren Anstieg zu verhindern? Also unser Eindruck ist, dass man das, was man machen kann, tun sollte. Wir müssen nicht ständig neue Ideen entwickeln, sondern wir müssen das, was wir wissen, konsequent umsetzen. Darauf lege ich sehr, sehr viel Wert. Wir haben ja auch immer mehr neue technische Möglichkeiten. Aber Fakt ist, dass das Verhalten der Menschen im Vordergrund steht. Und wir sehen sicher nicht überall, dass die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Das ist der beste Schutz, die konsequente Umsetzung. Und das bedeutet eben das entsprechende Verhalten und das Verantwortungsbewusstsein aller der Beteiligten. Die Umsetzung von den Maßnahmen, die Compliance, das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Wir gehen zu DPA. Frau Groß. Guten Morgen. Frau Groß. Ja, guten Morgen. Können Sie mich hören? Ja, guten Morgen. Alles klar. Herr Wieler, ich wüsste gerne von Ihnen, die Kanzlerin hat ja gestern Abend noch mal bekräftigt, dass eine Inzidenz von unter 50 erreicht werden soll. Ist das denn ein Ziel, was wir in Deutschland aus Ihrer Sicht mit den jetzt verabredeten Maßnahmen auch für Weihnachten erreichen können? Und wenn ja, wie lange wird das Voraussetzlich dauern? Und dann noch eine kleine Nachfrage zu den Schnelltests. Der Kollege hat das ja gerade auch schon angesprochen. Es geht, die Fallzahlen zu senken. Es geht nicht wahnsinnig schnell. Also wir brauchen ziemlich viel Geduld und Beharrlichkeit. Aber es geht. Ob das jetzt wirklich innerhalb dieser Zeit an allen Orten oder auch im insgesamten Bundesdurchschnitt möglich ist, das hängt, wie Herr Wieler gesagt hat, wirklich von der Compliance ab. Und wir brauchen auch ein bisschen Geduld, um zu sehen, ob die Maßnahmen wirken oder dass sie wirken. Und es muss eben wirklich, wie gesagt, in allen Altersgruppen und in allen Regionen auch umgesetzt werden. Aber an einzelnen Stellen geht das auf jeden Fall. Ja, also das ist der entscheidende Punkt. Das hängt maßgeblich von der Compliance ab. Also es hängt maßgeblich von Verhalten der Menschen ab, wie schnell das machbar ist. Es ist prinzipiell machbar. Zu Ihrer zweiten Frage mit den Tests. Die Tests sind wichtige strategische Mittel. Aber sie müssen eben auch sinnvoll und wichtig eingesetzt werden. Und da gibt es ja entsprechende Empfehlungen, gerade für die Schulen, weil sie das ansprachen, gibt es ja ebenfalls Empfehlungen. Und in den Schulen, da ist es natürlich ganz klar, dass wir auch Infektionsgeschehen dort haben. Und wir sehen, dass in den Schulen das Infektionsgeschehen, die Dynamik der Bevölkerung quasi hinterherläuft. Wir hatten ja nach den Sommerferien die Schulen wieder geöffnet. Und wir haben erst dann deutlich später auch mehr Fälle in den Schulen gesehen und einen Anstieg der Inzidenz in diesen jüngeren Altersgruppen. Die Entwicklung dieser Inzidenz scheint parallel zur Entwicklung der Inzidenz der jungen Erwachsenen zu verlaufen. Und diese Ausbrüche, wir nehmen ja auch immer mehr Ausbrüche, im Schulsetting war. Wir haben insgesamt bis gestern 636 Ausbrüche in Schulen übermittelt bekommen. In den letzten vier Wochen waren das 64 Ausbrüche pro Woche. Das heißt also, auch in den Schulen macht es natürlich Sinn, im Rahmen, aber wie gesagt, nur im Rahmen eines gesamten Hygienekonzeptes. Und da gibt es ja klare Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut. Im Rahmen eines klaren Hygienekonzeptes sind diese Testungen sinnvoll. Und es wäre am besten, wenn es dort einen bestimmten Lehrer zum Hygienebeauftragten ernannt würde, dieser natürlich auch entsprechend weitergebildet wird von den lokalen Behörden, um dann diese Tests sinnvoll einzusetzen. Dazu bedarf es einer gewissen Kenntnis, aber das ist wirklich machbar. Aber ich sage es nochmal, die Tests haben wirklich nur dann einen wirklich hohen Erfolgsaussicht, wenn sie in eine Gesamtstrategie, und zwar in die Umsetzung der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts für Schulen, eingebettet sind. Vielen Dank. Wir gehen zu RTL. Dankeschön. Hallo, Tamara Bielitsch von RTL. Auch nochmal eine Frage zu den Schnelltests von den Schulen. Jetzt mal vielleicht zum Thema Veranstaltungen. Wären die Schnelltests zum Beispiel auch eine neue Strategie, um Veranstaltungen zeitnah wieder zu ermöglichen? Also die Schnelltests dienen dazu, dass sie in dem Moment, wo sie testen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Menschen identifizieren, die positiv sind oder negativ sind. Wenn Personen positiv getestet werden, dann müssen sie sich isolieren. Aber ich möchte nochmal Folgendes sagen. Diese Schnelltests sind Momentaufnahmen. Und alle Zusammenkünfte, und je mehr Menschen zusammenkommen, alle Zusammenkünfte behalten trotzdem ein Risiko. Weil diese Schnelltests natürlich nicht 100% sicher sind. Also sie können das Ergebnis nicht für 100% bare Münze nehmen. Und darum halte ich nach wie vor die Maßnahme, dass man Zusammenkünfte von vielen Menschen einfach unterbindet, für die effektivste Maßnahme. Denn dort können Infektionen zustande kommen. Und solange wir ein bestimmtes Niveau nicht unterbrochen haben, also solange wir diese 50.000 bis 100.000 nicht erreicht haben, sind Zusammenkünfte von Menschen einfach ein Risiko, dass wir aus Infektionsschutzgründen nicht eingehen sollten. Dankeschön. Wir gehen zum NDR. Herr Grill. Guten Morgen. Ich habe eine Frage zu den Impfzentren. Mehrere wissenschaftliche Fachgesellschaften haben ja kritisiert, dass die Daten der Geimpften dort nicht an die Krankenkassen übermittelt werden. Das heißt, so wie das Modell jetzt konstruiert ist, gibt es keine Möglichkeit, zum Beispiel seltene und schwere Nebenwirkungen in den Routinedaten zu entdecken. Finden Sie das richtig, die Daten zu erheben, indem zum Beispiel die Versicherten ihre Versichertenkarte beim Impfen einlesen? Also der Entscheidende, es gibt zwei Gründe oder mehrere, aber ich sage Ihnen die zwei wichtigsten Gründe aus meiner Wahrnehmung, warum wir Impfzentren benötigen. Der eine Punkt ist der, es ist natürlich logistisch und da muss jeder einfach mal in Ruhe drüber nachdenken, es ist logistisch natürlich eine riesige Aufgabe, wenn wir 10, 20, 30 Millionen Menschen impfen wollen, kontrolliert impfen wollen, nach einem bestimmten Bestellsystem impfen wollen. Das kann man nur in Zentren schaffen. Das ist momentan gar nicht anders möglich. Wenn wir einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung geimpft haben, dann wird das sicher auch in Arztpraxen möglich sein. Der zweite Punkt, warum wir aber gerade Impfzentren brauchen, ist genau der, den Sie nennen. Wir wollen nämlich die Nebenwirkungen so gut wie möglich monitoren. Und dafür sind die Daten, die wir über die Krankenkassen bekommen, deutlich zu langsam. Wir brauchen die Daten sofort. Das heißt also, es werden dort entsprechende Systeme etabliert. Auch das Robert-Koch-Institut selber ist involviert in die Etablierung einer bestimmten Software, wo diese Dinge genau gemonitort werden, nachuntersucht werden und dann eben direkt zentral erfasst werden können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir beschreiben, nicht nur die Schutzwirkungen dieser Impfung, sondern die Nebenwirkungen. Und wir dürfen uns auch über eines, müssen wir uns auch klar sein. In Deutschland sterben ja im Schnitt so rund 2500, 2700 Menschen jeden Tag. Das ist die normale Todesrate. In Deutschland sterben im Jahr so circa 900.000 Menschen. Und das heißt also, es wird unter anderem ja auch vorkommen, und das ist einfach mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass auch Menschen zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist es natürlich extrem wichtig, herauszufinden, ob der Grund die Impfung war oder eben eine andere zugrunde liegende Krankheit. Denn wir werden ja auch am Anfang gerade die Hochrisikogruppen impfen. Und das sind ja gerade auch die alten und hochaltrigen Menschen, die ja natürlich ebenfalls ein höheres Risiko haben zu versterben. Ganz einfach, weil sie schon ein hohes Alter erreicht haben. Und genau deshalb brauchen wir Impfzentren und eine zentrale Erfassung von den Nebenwirkungen. Ich habe eine Nachfrage dazu, weil mir leuchtet es ehrlich gesagt nicht ganz ein, wenn die Menschen, die geimpft sind, anschließend Beschwerden haben, dann gehen sie damit zu ihrem Arzt, ihrem Hausarzt. Und diese Daten werden dann sozusagen ja an die Krankenkassen übermittelt. Wie wird das kombiniert jetzt? Wie werden diese Daten kombiniert mit den zentral erhobenen Daten in den Impfzentren? Dafür sorgt eine Software, ein Portal, das wir zur Verfügung stellen. Und es gibt auch noch dazu noch weitere Daten, die von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts erhoben werden. Also wir haben Systeme, wir bauen Systeme auf, die garantieren, dass wir diese Informationen erhalten. Wir gehen zum Südwestrundfunk, Herr Schmidt-Johansen. Danke, Frau Glasmacher. Guten Tag, Herr Professor Wieler. Guten Tag, Frau Dr. Rexroth. Stichwort Protection nochmal in der Strategie. Sie haben ja eindrücklich gezeigt, dass das Sterberisiko von älteren Menschen besonders hoch ist, dass das auch die Ursache für viele Intensivbehandlungen ist. Inwieweit tragen denn aus Ihrer Sicht die Maßnahmen des Teil-Lockdowns, so wie sie jetzt verhängt worden sind, überhaupt zur Protection bei? Jenseits dessen, dass natürlich Kontakte vermieden werden und ähnliche Dinge dann reduziert werden. Aber fehlt es nicht eigentlich an der Gewichtung, die Protection auch politisch in den Vordergrund zu rücken? Also ich glaube, die Zahlen von Frau Rexroth, und Frau Rexroth können mich gerne noch ergänzen, die Zahlen von Frau Rexroth zeigen ja genau, dass ein ganz wichtiger Teil der Protection derjenige ist, dass eben die jüngeren Altersgruppen sich weniger infizieren, weil sie das natürlich auch zu den Eltern dann tragen. Wir sehen ja bei den Inzidenzzahlen, dass die Hochaltigen eine sehr hohe Inzidenz haben. Wir sehen aber die unter 80-, 60- bis 80-Jährigen. Da sehen wir niedrige Inzidenzen und das interpretieren wir so, dass diese Menschen sich natürlich auch selber noch mehr schützen können, ihr Verhalten entsprechend anpassen können. Gerade die, die eigenständig ihr Leben noch waren. Da sehen wir von den Menschen, dass sie sich wirklich sehr, sehr, sehr stark zusammenreißen. Wir haben eine ganz hohe Compliance in dieser Altersgruppe. Darum denke ich, dass die Maßnahmen der gesamten Kontaktreduktion das nach wie vor Wichtigste sind. Aber ich möchte das nochmal sagen, die Protection, über die wir jetzt sprachen, gerade im Altersheim, Pflegeheim, das sind ja Menschen, die leben dort und die sind schutzbedürftig. Die können von den Einrichtungen oder müssen von den Einrichtungen geschützt werden, so gut es geht. Die können also direkt geschützt werden. Das sind aber in Deutschland meines Wissens 8.000 bis 900.000 Menschen. Wir haben ja viel mehr, die zu dieser Altersgruppe gehören, zu der Risikoaltersgruppe. Und die können wir wirklich nur schützen durch das Verhalten. Dass wir dafür Sorge tragen, dass wir keine Infektion weitertragen. Und darum ist die gesamte Reduktion der Kontakte, das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Aber wir brauchen die Compliance. Wir brauchen die Compliance, dass alle Menschen das auch machen. Und was immer für Regeln wir auch aufstellen werden, wenn die Compliance nicht stimmt, dann wird es schwierig. Ich habe noch eine Nachfrage zur Kontaktnachverfolgung. Das betrifft ja auch die 50er-Inzidenz, auf die doch die meisten politischen Maßnahmen jetzt fokussiert sind. Das System SORMAS soll ja flächendeckend bis Ende des Jahres bei allen Gesundheitsämtern eingesetzt werden. Das wären, wenn ich richtig informiert bin, noch 300 Gesundheitsämter, die das bis Jahresende einführen müssten. Wie sieht es da aus? Sind Sie da optimistisch, dass das gelingen kann? Also ich kann die Zahlen nicht genau nennen. Ob das bis Jahresende gelingt, das vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass sehr viele Anstrengungen durchgeführt werden, dass es eingeführt wird. Und insofern wird es auch eingeführt. Das ist ja ein System, was aber ausschließlich die Kontaktnachverfolgung im Mittelpunkt hat. Das heißt also, das erleichtert, wenn es implementiert ist, den Gesundheitsämtern sicher die Kontaktnachverfolgung und erhöht damit auch die Chancen, dass man eben Kontakte schneller findet. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, das Datum, aber das wird zügig mit Hochdruck. Der aktuell in immerhin annähernd 400 Gesundheitsämter eingeführt. Ich möchte dazu noch eins sagen. Leider Gottes ist es in Deutschland so, dass es eben keine einheitliche Meldesoftware gibt. Wir stellen ja vom Robert-Koch-Institut die Software Surfnet kostenfrei den Gesundheitsämtern zur Verfügung. Und da ist ja auch ein wesentlicher Punkt, dass eben die Schnittstellen zu SORMAS hier hergestellt werden. Und die kann man dann natürlich dann direkt anbinden. Aber es gibt eben leider in Deutschland verschiedene Softwares. Und deshalb muss dieses SORMAS an verschiedene Softwares verknüpft werden und Schnittstellen gebaut werden. Und das verlangsamt natürlich den Prozess. Das ist aber so in Deutschland. Ich glaube, wir haben inzwischen, wie viel sind an Surfnet, haben wir inzwischen 250 oder irgend sowas. Also auf jeden Fall mehr als die Hälfte haben Surfnet. Aber die anderen haben... Haben die dann nicht hier was versäumt im Sommer? Das ist weniger Versäumnis, als das ist der Föderalismus, der eben in den letzten Jahren einfach dazu geführt hat, dass nicht eine einheitliche Software benutzt wird. Danke. Vielen Dank. Wir gehen zu AP, Herr Jordans. Guten Morgen. Guten Morgen. Meine Frage an Herrn Wieler oder Frau Rexroth. Andere Länder, die teils viel höhere Infektionen hatten, haben inzwischen stark rückläufige Zahlen, also in Europa. In Deutschland ist die Kurve zwar abgefragt, aber die Fälle stagnieren ja. Hat Deutschland es verpasst, eine schnellere Reduktion der Zahlen zu schaffen? Und welche Maßnahmen sehen Sie woanders, die womöglich besonders effektiv waren? Und Herr Wieler, kurz zur Impfung noch, sehen Sie da eine Möglichkeit, die Corona-Warn-App irgendwie in den Prozess einzubinden? Also die erste Frage, wir gucken immer in Zeiträume. Das habe ich von Anfang an immer gesagt. Auch als Deutschland so großartig dastand und als Beispiel für viele genommen wurde, war uns immer klar, wir schauen immer in ein Zeitfenster. Und momentan kriegen wir die Zahlen eben nicht mit aller Werf runter. Andere Länder haben das geschafft. Sie haben recht, Belgien zum Beispiel oder Frankreich. Und die Gründe dafür liegen einfach letztlich darin, wie die Menschen sich verhalten, wie die Compliance der Leute ist. Und ich habe bei uns jetzt tatsächlich die Hoffnung, wir waren im Frühjahr ja sehr erfolgreich. Und im Frühjahr ist etwas geschehen, was leider als sogenanntes Präventionsparadox dargestellt werden muss. Es gab viele Leute, die eben überhaupt keinen Kontakt hatten zu Covid-Kranken. Es gibt nach wie vor Menschen, die leugnen diese Krankheit. Und ich bin sehr sicher, dass inzwischen, wo mehr von diesen Fällen auftreten, auch im Bekanntenkreis, doch inzwischen immer mehr Menschen merken, dass diese Krankheit wirklich eine ernstzunehmende ist, die sie nicht haben möchten. Die auch teilweise bei milden Verläufen langwierige Langzeitfolgen hat, die ja auch immer offensichtlicher werden. Sodass ich denke, dass die Compliance steigt. Der zweite Punkt der Impfung, die Corona-Warn-App ist ein Tool. Der Sinn der Corona-Warn-App war der, dass man möglichst sich, wenn man sich nicht erinnern kann, wo man angesteckt wurde, dass man gewarnt wird. Dass man gewarnt wird und dann schneller, dadurch, dass man gewarnt wird, schneller selber einen Test macht und dann schneller sich in Quarantäne begibt bzw. in Isolierung, wenn man positiv war. Und wir überlegen verschiedene Dinge mit der Corona-Warn-App. Aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, was am Ende dort alles rauskommt. Momentan sehe ich im Bereich der Impfung die Corona-Warn-App nicht als ein Tool, was wir einsetzen könnten. Das mag sich aber ändern. Wenn ich da nachfragen kann. Also was die Einladung angeht oder die Nachverfolgung von Symptomen, sehen Sie dieses moderne Mittel, das inzwischen mehr als 20 Millionen Downloads hat, nicht als nützlich, sondern weiterhin Briefe und die üblichen Wege? Also es wird ja darüber nachgedacht, ob man zum Beispiel ein Symptom-Tagebuch in der Corona-Warn-App einbringt. Und der Grund ist der, dass man damit insgesamt die Schärfe der Warnungen, also die Genauigkeit der Warnungen erhöht. Es gibt verschiedene Modelle. Aber wie gesagt, im Moment, im Zusammenhang mit der Impfung, sehe ich das nicht. Aber das mag sich auch ändern. Die Zeit ist so kurzlebig und Sie wissen ja auch, es gibt immer wieder auch neue Entwicklungen. Es gibt ja eine Reihe von Softwares, die entwickelt werden, auch von anderen. Und wer weiß, was dort alles noch an Möglichkeiten auf uns zukommt. Wir gehen zum Deutschlandfunk. Herr Wildermuth. Ich wollte nochmal zurück zu den Schnelltests. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben, Herr Wieler. Ich wollte fragen, gibt es Studien, die zeigen, dass Leute, die angeleitet werden, tatsächlich genauso verlässlich einen Schnelltest abnehmen können wie medizinisches Personal? Und zweitens, wenn er in den Schulen getestet wird, muss das dann auch die positiven Tests an das Gesundheitsamt gemeldet werden? Also ob es Studien gibt? Ja, also der Schnelltest wird in Studien auch eingesetzt, auch sogar, also der Selbst, auch der Selbst, die Selbstabnahme. Aber wir empfehlen das bis jetzt noch nicht in der Selbstabnahme, den Schnelltest. Da wird es sicherlich Entwicklungen geben über kurz oder lang, wo das auch für eine breitere Anwendung möglich ist. Bis jetzt ist da schon noch ein gewisser medizinischer Sachverstand und eine Schulung notwendig. Also was jetzt den Schnelltest betrifft. Und die zweite Frage war, jetzt habe ich sie vergessen. Die zweite Frage war, ob, wenn an den Schulen breit Schnelltests eingeführt werden, dann gibt es positive Befunde, Meldepflicht. Auf jeden Fall. Also das ist allerdings, also die positiven Nachweise, Antigen und PCR sind meldepflichtig. Jeder direkte, indirekte Nachweis ist meldepflichtig. Allerdings nicht in dem Sinne für jeden. Also es gibt unterschiedliche Meldepflichtige. Und da sind natürlich Ärzte, Labore, aber auch Leiter von Einrichtungen dabei. Von meiner Seite noch der Hinweis, in Hessen gibt es eine Studie. Professor Ziesek hat mit Lehrern eine Studie durchgeführt. Ich weiß aber nicht, ob die schon ausgewertet ist. Nee, ich glaube nicht. Wir gehen zu DTS-Nachrichtenagentur. Herr Hoffmann. Ja, guten Morgen. Der Herr Professor Drosten hat kürzlich gesagt, das MERS-Virus sei jetzt der nächste Pandemie-Kandidat. Sehen Sie das auch so? Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Ich weiß nur, dass wir natürlich, dass wir davon ausgehen müssen, dass immer mal wieder Pandemien auftreten. Deshalb haben wir ja auch Pandemie-Pläne in unserem Land. Nur wir hatten, wie die meiste Teil der Welt, sich halt vorwiegend auf Influenza vorbereitet. Aber diese Pläne sind natürlich in einem hohen Maße flexibel und dem Geschehen jetzt angepasst. Das ist ja auch ein Virus, das über die Atemwege übertragen wird. Ich vermag nicht zu sagen, was das nächste pandemische Virus sein wird. Ich möchte zunächst mal dieses bekämpfen. Und zwar mit aller Macht und mit aller Unterstützung, die wir in der Bevölkerung haben. Und was mir auch wichtig ist, vielleicht an dieser Stelle noch zu sagen, was sicher kommt, und da brauchen wir nicht zu spekulieren, das ist die Grippe. Ja, und die kommt nämlich jedes Jahr. Und wir wissen aber nicht, wie stark die Grippe sein wird in diesem Jahr. Und wir wissen auch nicht, welche Viren, es gibt ja immer verschiedene Grippeviren, die wir durch diesen Impfstoff abdecken, wie viel es sein wird. Wir wissen nicht die Krankheitslast. Aber, was ich eben auch hier nochmal klar sagen möchte, jetzt heute und die nächsten Wochen und Monate schützen wir uns mit den Maßnahmen, die wir aufgrund von Covid fahren, also Abstand halten, Hygieneregeln, Masken, schützen wir uns natürlich auch vor Grippe. Und das ist jetzt erstmal vorne, dass wir möglichst eine flache Grippewelle haben. Insofern wäre ich umso glücklicher, wenn diese Maßnahmen auch konsequent durchgeführt werden, unter anderem auch in den Schulen. Und warum in den Schulen ist es dann gerade wichtig, bei Influenza, bei Grippe, wissen wir, dass die Schulen ein ganz, ganz wichtiger Teil des Geschehens sind. Also da sind die Schulen, die jungen Kinder wirklich immer richtig etwas, was wir als Treiber bezeichnen. Und das heißt also, wenn wir in den Schulen die Hygienekonzepte fahren, die jetzt von uns empfohlen werden, dann werden wir damit auch das Grippegeschehen reduzieren. Und das ist zunächst mal deutlich wichtiger, weil wir aktuell und ganz sicher diese Grippewelle haben werden. Wir wissen nur noch nicht genau, wie stark sie ist. Wir gehen zu Frau Rosbach. Sagen Sie nochmal Ihre Redaktion dazu. Süddeutsche Zeitung. Ich habe eine Frage zum Thema Impfen bzw. der Reihenfolge, in der geimpft werden soll. Gestern hat ja die Bundeskanzlerin nochmal deutlich gemacht, dass die Feinabstimmung durch die Ständige Impfkommission und dass dem Gesundheitsministerium als Empfehlung gegeben werden sollte, dass aber man da abhängig sei von dem Zulassungsverfahren. Also dass da quasi alle Unterlagen, die in dem Zulassungsverfahren eine Rolle spielen, eben auch vorliegen und bekannt sind. Mich interessiert mal aus wissenschaftlicher Sicht, warum ist das eigentlich so? Ich meine, wir wissen doch schon relativ viel über den Impfstoff, so viel, dass Großbritannien ihnen schon zugelassen hat. Warum müssen wir jetzt für die Feinabstimmung, wer wirklich zuerst geimpft wird und in welcher Reihenfolge, darauf warten, dass dieses EMA-Verfahren vorankommt? Naja, ich kann Ihnen das sagen, warum das so ist. Es gibt ja diese drei klinischen Phasen. Die dritte ist ja diejenige, die uns natürlich am meisten interessiert. Die kommt ja erst nur zustande, wenn die ersten beiden erfolgreich durchgelaufen sind. Und diese einzelnen Daten, da sind meines Wissens über 400.000 Menschen geimpft worden, entweder mit dem Verum, also mit dem Impfstoff oder mit einem Placebo. Das sind die wichtigen Daten, die zeigen uns ja genau, wie die Schutzfunktionen sind und sie zeigen uns vor allen Dingen auch, wie die Nebenwirkungen sind. Das sind extrem wichtige Daten und wir tun gut daran, wenn wir die in Ruhe studieren, ob sich dann noch Änderungen in unseren Einschätzungen ergeben, das vermag ich ja nicht zu sagen. Wir bekommen die Daten jetzt dieser Tage erst, aber auf diesen Daten beruht ja die ganze Zulassung. Also wir wissen ja, dass die ganze Zulassung relativ rasch erfolgt. Und ich glaube, zwei, drei Tage länger noch zu warten, um diese Daten richtig zu analysieren, das sollten wir uns schon alle geben und auch der EMA geben. Denn sie müssen immer auch klar davon ausgehen, dass wir natürlich immer wieder auch viel Kritik haben werden. Wir haben Menschen in unserer Gesellschaft, die ja sogar richtig aktive Impfgegner sind. Und wir werden natürlich auch Nebenwirkungen haben und wir werden sicher nichts tun, das uns im Nachhinein vorgeworfen werden könnte. Wir hätten nachlässig mit Informationen, wären wir umgegangen. Nein, wir müssen seriös, so gut wie möglich, nach bestem Wissen und Gewissen, die Daten, die wir haben, auswerten. Ich hätte noch eine Nachfrage dazu, aber die Leute, die dann sozusagen als erstes dran sind, die müssen ja auch eingeladen werden und dafür ist ja auch eine gewisse Infrastruktur notwendig. Kann man die denn dann vorab schon aufbauen, sodass man dann wirklich ohne Zeitverzögerung loslegen kann? Ja, also für die Impfung sind ja die Bundesländer zuständig und die bauen ja diese Zentren auf. Die bauen die Zentren auf und ich bin da sehr optimistisch, dass das dann auch zeitnah erfolgt. Und wenn es mal einen Tag oder zwei Tage länger dauert, das ist ein logistischer Aufwand. Da sollte man auch immer mit gesundem Menschenverstand rangehen. Aber es wird alles in einem ziemlich großen Tempo gemacht. Mit Sicherheit wird es hier und dort auch mal kleine Fehler geben oder Versäumnisse. Aber prinzipiell bin ich da sehr, sehr davon überzeugt, dass wir die Struktur auf die Beine bekommen. Und da wird eine Zulassung um ein, zwei Tage früher oder später, wird dort keinen Unterschied machen. Wir gehen zu Frau Gilmann, Handelsblatt. Ja, hallo. Eine Frage nochmal zu den Schnelltests. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass die nicht hundertprozentig oder zumindest lange nicht so sicher sind wie ein PCR-Test. Wissen wir, wie sicher sie sind und wissen wir das für die einzelnen Tests? Und die andere Frage ist, die WHO empfiehlt neuerdings Masken tragen, auch zu Hause, wenn ich Besuch habe, auch wenn ich Abstand halte. Was sagen Sie dazu? Also, war ein bisschen unglücklich ausgerückt von mir. Es gibt natürlich keinen hundertprozentig sicheren Test. Den gibt es prinzipiell nicht. Aber wir haben Tests, die eben eine sehr, sehr hohe Sicherheit, Genauigkeit, Spezifität und Sensitivität haben. Das sind die PCR-Tests. Das ist der sogenannte Goldstandard, der über viele Jahre in vielen anderen Bereichen wirklich sehr, sehr gut verifiziert wurde, akkreditierte Methoden sind. Wir machen ja viele Diagnostiken mit PCR in der Infektionsmedizin und anderswo. Die Schnelltests werden geprüft. Sie werden validiert. Darin ist das Robert-Koch-Institut auch involviert in diese Tests. Und es gibt eine Liste beim BFARM, also beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinalprodukte. Dort stehen die Tests drauf. Und die Tests, die dann bei der Validierung durchfallen, die werden dort gestrichen. Was wir momentan sehen, ist, dass die Tests vor allen Dingen halt gut geeignet sind, dafür infektiöse Patienten zu erkennen. Sie müssen sich vorstellen, es gibt immer eine Phase, wo man infiziert ist als Patient. In der Zeit hat man noch keine Symptome. Und es ist eine Zeit, wo man dann sehr viel Virus ausscheidet. Und am Ende ist man immer noch infiziert, aber man scheidet nicht mehr aus. Das heißt, es gibt eigentlich drei Phasen. Phase A ist infiziert ohne Ausscheidung. Phase B ist infiziert mit Ausscheidung. Da kann man also andere Menschen infizieren. Und Phase C ist, man ist immer noch infiziert, aber scheidet auch nicht mehr aus. Und diese Phase B, das heißt die Phase, wo das Virus in einer Menge ausgeschieden wird, dass wir denken, dass da andere angesteckt werden, die kann man mit diesen Antigentests ganz gut erkennen. Aber Entschuldigung, wenn ich da nachfragen darf. Sie sagen, die, die durchfallen, werden durchgestrichen. Aber was heißt das jetzt? Es gibt Berichte von einzelnen Schnelltests, wo sich dann irgendwie 20 Leute im Pflegeheim negativ getestet wurden. Und dann hat man einen PCR-Test hinterher geschoben und dann war die Hälfte halt doch positiv. Also kann man das irgendwie in Prozent angeben? Nee, das kann ich nicht tun. Das tut mir leid, weil es eben so viele Tests gibt. Wir prüfen die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen durch. Und natürlich haben auch die Hersteller eine Pflicht, sogenannte Post-Marketing-Studien zu machen, um die Qualität der Tests weiter zu prüfen. Aber ab wann fällt man dann durch als Test? Und was muss man mindestens liefern, um auf diese Liste zu kommen? Gute Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Moment, da müsste ich nochmal nachfragen. Es gibt Kriterien, ich habe es aber nicht im Kopf. Wir gehen zu web.de. Herr oder Frau Fieber? Guten Morgen, Herr Fieber. Guten Morgen. Herr Willer, Sie haben gesagt, dass die Lage weiterhin sehr angespannt bleibt. Wenn man uns die Zahl der Neuinfektionen und auch der Todesfälle ansieht, dann ist das ja tatsächlich so. Aber gibt es etwas, einen Trend, der Ihnen trotz alledem Hoffnung macht? Ja, das hat Frau Rexroth ja gut dargestellt. Sie hat ja gezeigt, und wenn Sie in unseren Situationsbericht gucken, dann glaube ich, sehen Sie den auch ganz gut. Sie sehen ja, dass in allen Altersgruppen, mit Ausnahme der Hochaltigen, die Inzidenzen sinken. Also wir sehen leichte Erholungen, leichte Erholungen eben sehr langsam und auch zu langsam. Aber wir sehen diese Erholungen, wir sehen diese Zahlen. Und das ist ein Trend, der in die richtige Richtung geht. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich wäre einfach glücklich, wenn wirklich alle von uns diese Krankheit so ernst nehmen und wahrnehmen, dass sie versuchen, sich so gut wie möglich an diese Regeln zu halten. Wissen Sie, ich weiß, dass das ja auch gar nicht jedem gelingen kann. Es gibt ja verschiedene Lebenszustände, es gibt verschiedene Wohnumstände. Wir wissen, dass es eine bestimmte Gruppe gibt von Menschen. Es sind natürlich wie immer die ärmeren, die prekär Lebenden. Die haben ein größeres Problem, diese Regeln einzuhalten. Aber ein Großteil der Bevölkerung kann diese Regeln einhalten. Und ich kann immer nur wieder an diese Menschen appellieren, dass wir das alle tun. Denn damit reduzieren wir natürlich auch den Druck auf die anderen. Also es liegt wirklich an unserem Verhalten. Denn diese Pandemie lebt nur von unserem Verhalten. Dieses Virus springt nur über, wenn wir ihm die Chance geben. Das heißt also, ich kann immer nur an uns alle appellieren, dass wir das ernst nehmen und damit wir die Zahlen runterkriegen. Und das ist der Optimismus, den ich habe. Ich weiß, dass die Mehrheit der Bundesdeutschen das ja auch versteht und tut. Aber ich weiß, dass es ja sogar Menschen gibt, die selbst die Krankheit leugnen. Und das ist bitter bedauerlich, weil die riskieren nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern eben auch leider die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Wir gehen zu Andreas Rinke. Sagen Sie noch Ihre Redaktion dazu, bitte. Ja, hallo, Andreas Rinke von Reuters. Herr Wider, Sie haben ja jetzt eindrucksvoll beschrieben, gerade am Anfang, dass im Moment vor allem die Älteren sich anstecken. Muss man da nicht fürchten, dass die Weihnachtsregelungen, also die Lockerungen von den Kontaktbeschränkungen, dann einen richtigen Schub an Neuinfektionen gerade in dieser Gruppe bringen? Also ist das nicht kontraproduktiv? So eine kurze Nachfrage an Frau Rexroth. Was das regionale Gefälle angeht, können Sie dafür auch noch eine Erklärung liefern? Also warum scheint der Norden im Moment besser die Lage in den Griff zu bekommen als der Süden und der Osten? Danke. Also wir sollten alle auch über die Weihnachtsfeiertage wirklich versuchen, unsere Kontakte so stark wie möglich einzuschränken. Das ist gar keine Frage. Und man sollte die Feierlichkeiten eben so gestalten, dass man dann zeitversetzt bestimmte Mitmenschen und Familienmitglieder trifft. Das ist gar keine Frage. Also wir sollten uns versuchen, die Kontakte nach wie vor so gut wie möglich zu reduzieren. Und ja, zu dem Gefälle, dem regionalen Gefälle, also was ganz genau in den einzelnen Bundesländern vor sich geht und auch Landkreisen, da müssten Sie wirklich entsprechend bei den Bundesländern und Landkreisen nachfragen. Aber man sieht natürlich in Deutschland, dass es ja regionale Unterschiede gibt. Wir hatten zunächst sehr stark ein Nord-Süd-Gefälle und vor allem eben Bayern, Baden-Württemberg, Saarland war initial sehr stark betroffen. Und Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sind überhaupt bislang relativ gut, vor allem Mecklenburg-Vorpommern, durch diese Lage gekommen. Die Ostbundesländer waren bislang nicht so betroffen und sind jetzt eben auch vor allem die südlichen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eben auch stärker, ja deutlich stärker betroffen als vorher. Was die Gesamtanzahl betrifft der Fälle, haben die noch nicht das Niveau jetzt erreicht, was in Bayern, Baden-Württemberg gesehen wurde über die gesamte Pandemie. Das ist natürlich schon besorgniserregend, dass es in manchen Gebieten Deutschlands jetzt ungebrochen weiter, relativ ungebrochen weitergeht, auch in allen Altersgruppen. Und was da jetzt genau die Gründe sind, das ist natürlich eine Frage der Bevölkerungsdichte. Also Mecklenburg-Vorpommern hat da einen Vorteil, die sind dünner besiedelt, die haben mehr frische Luft, die sitzen einfach da nicht so eng aufeinander wie groß in Großstädten. Aber auch in Großstädten ist es ja gelungen, die Infektionszahlen eher zu senken. Und gerade die östlichen Bundesländer sind auch ein bisschen gefährdet, weil die im Durchschnitt älter sind in der Bevölkerung. Wir haben ja nicht überall eine demografisch gleiche Verteilung. Also insofern ist das schon ein bisschen besorgniserregend und wir beobachten das auch genau und hoffen, dass dort auch eine Trendwende auch bei den jüngeren Altersgruppen zu sehen ist. Die älteren Altersgruppen sind in vielen Bundesländern noch sehr stark auf dem aufsteigenden Ast, also fast überall. Wir haben jetzt noch drei Anfragen und jeweils mit der Bitte um kurze Frage und kurze Antwort. Iris Marx und sagen Sie noch bitte Ihrer Redaktion dazu. Ja, hallo, hier ist Iris Marx vom Rundpunkt Berlin-Brandenburg. Ich wollte nur nachfragen, ob eventuell das hohe Niveau der gemeldeten Infektionen eventuell doch damit noch zusammenhängen kann, dass vielleicht mehr getestet wird. Oder ist das einfach jetzt kein Argument mehr? Ja, um das Argument zu entkräften, haben wir ja immer die ganzen Zahlen in unserem Situationsbericht. Die zeigen sehr schön, dass die Rate der Infektionspositiven ja nach wie vor steigt. Ich glaube, wir haben aktuell 9,3 Prozent etwa positive. Also wir können das anhand der Zahlen wirklich ganz gut widerlegen. Es gibt auch diese Daten von ARS und verschiedene Daten, wo wir sehen, dass die Anzahl der Testungen pro Altersgruppen auch gleichbleibend ist. Und also nein, um es kurz zu sagen, es gibt keinen Anlass zu denken, dass es mit einer vermehrten Testung zusammenhängt nach den Zahlen, die uns vorliegen. Wir gehen zu Metropole FM. Wir gehen zu Metropole FM. Ferhat Poyer, richtig, Metropole FM, Nachrichtenredaktion. Erstmal einen schönen guten Tag, Frau Dr. Rexroth und Herr Prof. Dr. Wieler. Wir wissen, dass die Gesundheitsämter am Wochenenden dem RKI nicht komplett alle Daten zum aktuellen Stand übermitteln. Es wird auch weniger getestet. Es fällt auf, dass seit einigen Wochen von Mittwoch auf Donnerstag die Infektionszahlen rasant ansteigen. Wir haben von gestern auf heute einen Anstieg von circa 5000 mehr Infektionen. Wie kann man dies erklären oder wie kann man dies deuten? Ja, also es sind nicht nur, dass die Gesundheitsämter nicht übermitteln, die allermeisten, also alle Bundesländer und die Gesundheitsämter übermitteln schon. Das sind auch wirklich die Testungen, die über die Woche nicht gleichmäßig verteilt sind. Und was eben bei den Gesundheitsämtern dann ankommt. Und es gibt auch unterschiedliche Latenzen. Also wir sehen, dass die schon einen Großteil der Getesteten ihr Ergebnis wahrscheinlich innerhalb eines Tages bekommt. Aber es staut sich auch immer einiges auf, auch übers Wochenende. Ein Rückstau, der dann abgearbeitet wird. Und dieser Wochenverlauf, den haben wir ja über die gesamte Pandemie schon und nicht nur wir, eben auch andere Länder. Und das ist verschiedene Faktoren. Das ist auch eine Anspruchnahme von Bürgern. Sie müssen wissen, man wird ja nicht sofort so schwer krank, dass man jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit getestet wird. Sondern es gibt verschiedene Testindikationen. Das ist die Symptomatik. Wann gehe ich zum Arzt? Und das ist auch, ehrlich gesagt, ein normaler Verlauf im Gesundheitswesen, dass man da einen Wochenrhythmus sieht. Wir müssen die letzte Frage. Blended Interview, Herr Bohre. Ja, schön. Vielen Dank. Zunächst nur ganz kurz. Ich würde mich freuen, könnten Sie noch einmal kurz die Zahl sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland der Covid-Risikogruppe angehören? Weil das in der Berichterstattung hin und wieder doch sehr unterschiedlich noch dargestellt wird. Und meine eigentliche Frage. Es wird in den Medien ja viel immer noch natürlich diskutiert über Corona-Maßnahmen. Ich meine jetzt auch nicht die Gespräche mit sogenannten Corona-Skeptikern, sondern was weiß ich. Beispiel eine kritische Wortmeldung vom Kölner Professor Matthias Schrappe neulich im ZDF, der die Grundlage, die Datengrundlage der KI. Ja, ja, ich komme zu meiner Frage. Also es gibt auch Expertenmeinungen, die immer noch sehr kritisch sind gegenüber Datengrundlage oder Maßnahmen. Nun hat man Sie, Herr Wieler, ja in den letzten Monaten nie gesehen auf solchen Podien, wo andere Wissenschaftler und Experten miteinander über Maßnahmen oder Gefährlichkeit diskutieren. Warum ist das so? Also zunächst die Zahl, Sie fragten, also die Zahl, die wir so ungefähr im Kopf haben, sind etwa 30 Millionen Bundesbürger. Und da sind zum einen, wenn ich das richtig im Kopf habe, rund 23 Millionen, die ein bestimmtes Alter haben, also über 60 sind. Und dann haben wir natürlich noch die Risikogruppen, das sind Herz-Kreislauf und Diabetiker unter anderem. Und auch Menschen mit Trisomie 21 haben ein hohes Risiko. Also rund 30 Millionen, das ist also wirklich eine große Zahl. Der andere Punkt ist der, nun ich mache ja diese Pressebriefings und wir äußern uns als Robert-Koch-Institut ja kontinuierlich auch über die Situationsberichte. Und nehmen ja auch viele von den Kritiken auf. Also wir haben über die letzten Monate auch immer wieder Kritiken wahrgenommen, die wir auch für berechtigt hielten und haben dann entsprechend Änderungen eingeführt. Das ist eigentlich das Ganze, was ich dazu sagen kann. Dann vielen Dank und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.